Was geht ab, Leute? Wir testen den besten Bang Me in München. Beziehungsweise suchen den besten. Aber das ist schon der Beste. Wir suchen eigentlich die Nummer 2. Weil das ist ganz klar die 1. Kleiner, feiner Laden. Haben die auch noch Desserts, Leute. Menü, Leute. Lest das genau. Was hatten wir das letzte Mal? Nein, nein, nein. Deutsche Leberwurst. Oh, ja. Frikadellen. Und Frikadellen, ja. Und Frikadellen waren. Und das sollte Rind sein. Und nur hier gibt's das hier, Leute. Das ist anders öfter. Das ist M15. M15 hier. Findet ihr sonst irgendwo in München. Und ihr wisst. Mit oder ohne. Mit natürlich. Und Snacks haben die auch. Krasser Laden. Eigentlich ein richtig heftiger Laden. Ja. Und konkurrenzlos, Mann. Da ist mein Bang Me. Das Brot hier ist heftig, Leute. Und man merkt, es ist soft. Mein Gott, Leute. Ihr habt nicht aufgenommen. Ja. Gut. Ihr habt noch nichts verpasst. Außer, dass ich keine Aubergine mag. Und das ein wichtiges Partei hier ist. Ein kleiner Snack. Kein Leberwurst. Kein Oberwurst. Kein Deutsch. Gut. Die ist stark. Und Zwiebeln auch nicht. Stimmt. Daran einheitlich. Stimmt. Du hast die Fokulie. Stimmt. Du hast keine Fokulie. Bist du? Bist du? Du hast keine Fokulie. Ehh. Das ist eine Fokulie dran, Mann. Deren Brot ist irgendwie zu öfter. Was? Deren Brot ist sehr gut. Ich glaube, wir tauschen. Das ist ja alles. Ich habe keine Zucchini, oder du schon. Wir tauschen. Warte, jetzt darf ich das Ganze wieder zurück tun. Du gehst das. Du machst das. Du machst das. Du machst das. Kannst du das machen? Ja. Du machst das. Du machst das. Ich mach das. Dann. mit mir es ist nicht mehr so süß wegen kondensmilch aber gut ist gut also ich habe es gesehen aber hier nicht Leute das ist zu hier warte dann nimm das hier schau es weiter hmmm andere nein nein das ist nicht jetzt mal dieses buttige Brot Der Crunch, das ist auch nützlich. Oh wow. Du könnt einfach nur das vertragen. Das ist gut. Einfach nur das. Oha. Oha. Richtig fluffig. Oha. Siehst du, jetzt weißt du, warum ich den Bamihaus nicht so gut bewertet habe. Ich kenn den Namen auch. Mein Standard ist das. Mein Standard ist auch das, aber es gibt nur den. Ja, du siehst, der ist eine 10 von 10. Der ist eine 10 von 10, aber der andere ist eine 7 von 10. Passt doch. Eine 6 bis 5. Eine 6. Der war minus 10 von 10. Ich hab Trikadellen bekommen. Was ist das? Der ist aufgegriffen. Du ja. Und wie hat's geschmeckt? Laubier. Na jetzt. War kein Magnet. Na, so einfach essen. Ja. Mhm. Mhm. Schön alles reintun, Leute. Ja. Ja, ich hab das. Ja. Nächster. Fleisch aber noch nicht. Schönen Tag. Das nennt man's gutes Fleisch. Dieses Fleisch kommt auch aus Brut. Wow. Den kannst du mir nicht mit den Cricadellen machen. Nein. Ein paar Teebissen. Das letzte Mal, wo ich hier war, wo wir gegangen sind. Ich hab da bei der Straße Randy G gesehen. Der soll mal hier herkommen. Der ist besser als die meisten Bang Mies, die ich in Vietnam gegessen hab. Und in Vietnam hab ich eine Menge Bang Mies gegessen. Mein deutscher Kollege. Okay, Österreicher ist er. Nein, mein deutscher Kollege. Er ist vorne auch Bang Mies abgefahren. Er hat sich fast jeden Tag ein Bang Mie gewöhnt. Soll ich hier herkommen. Was ist das Bang Mie? Kurz geht los an dich, Lukas. Für Video muss man natürlich auch ein Bang Mie probieren. Das ist ja der beste Bang Mie-Laden. Man kann nicht einfach nur zum Frühstücksteller bestellen. Aber was soll man sagen? Das ist gut. Brot. Hatten wir gerade. Klaas. Mathe Klaas. Puta Mayo Klaas. Fleisch Klaas. Und jetzt alles in einem. Das ist das Bang Mie Min. Special M6. Bestell ich eigentlich normalerweise nie, aber der Namensgeber vom Laden. Das ist das Special. Eigentlich müsst ihr das sehen, aber dann kümeln wir so viel. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, starb. 10.10, was war? Der erste Teil der 10.10… das ist glaube ich auch der einzige Laden in München, in dem ich eine 10 von 10 gehöre in seiner Kategorie es ist kein Burger-Laden kein Döner-Laden, der eine 10 von 10 von mir kriegt bei ein paar Burger 9,5 Gramm dieses Brot Leute, diese Füllung, dieser Geschmack wenn ihr einmal hier wart, dann merkt ihr den Unterschied zu allen anderen und dann schmecken euch alle anderen nicht mehr Leute, wuuuuh ja den muss ich noch verdrücken mega lecker, aber unterschätzt diese Portion nicht hier gibt es auch Desserts Leute den hatte ich glaube ich auch noch nicht interessant das wäre fast perfekt hättest du dein Drittel von diesem Bambi gegessen was dir zusteht dann hätten wir es ich meinte frisch geraspelte Kokosnuss ja Kokosfleisch ich bin immer überrascht ich sehe mit welchen Konten wir in den Bäumen sehr frisch sehr frisch sehr frisch heiße Sommertage absolut Nachspeise Leute Bubble Tea wir testen alle Bubble Tea in München das ist Teil 1 das ist Teil 1 arg ist das aber für der Episode das kommt meistens nach jedem Bambi oh yes den muss ich leider probieren Leute wir müssen hier immer einen nehmen Leute damit wir das direkt vergleichen können und die Dame nimmt immer einen fruchtigen dann haben wir von jedem Bubble Tea Laden einen milchigen Tee und einen fruchtigen das ist interessant wir haben hier 2 Brown Sugar Tapioca wir haben sehr geile Namen Leute Geisha Skills da oben Chiang Mai kurz geht raus da warten wir mal Chiang Mai Arc wer erinnert sich an den Chiang Mai Arc man sieht gar nichts aber keine Plastikbecher Leute weil der Laden ist Bio und so 5,50 für einen kann man machen bin gespannt hier hier auch kein weil Plastik und so ich nehme mal ein Stroheim auch Bio so was ist los? ich schmecke es probieren dann wissen wir ganz genau was los ist Kumquat ein fruchtigen und ein kriegigen michigen haben wir das geschehen das war halt geschehen das ein falschen Abend ja gut na genau er schmeckt Bio so schmeckt Bio Leute ja ich glaube ihr wisst was ich damit meine ja wir haben auch 50% Zucker genommen das ist ja unser Fehler 100% aber das schmeckt 14 Bio egal ob 100% oder 50% Earl Grey Milk Tea du kannst ja fragen ob der noch Zucker rein tut du kannst ja fragen ob der noch Zucker rein tut ich stehe auf verarbeitete Sachen künstliche Aromen Zusatzstoffe so viel wie geht gibt mir das ist genau das Gegenteil und so schmeckt es auch und wir sind hier um die Gegend und so junge Leute Öko dies das grün und so die stehen drauf aber nicht ich ich brauche Flavor das Problem jetzt ist für mich ist der Laden mit minus 10 von 10 aber das ist mein persönlicher Geschmack der Laden an sich ist nicht eine minus 10 von 10 also starkes Angebot also hier breite breites Menü Qualität ist gut der hat dir auch eurer reingegeben Milch mauproba die Zutaten an sich aber ist halt nicht mein Geschmack ja der hat dir wirklich eurer reingegeben und nicht grüntee oder schwarztee also Qualität an sich ist gut Ort Location ist gut Menü ist gut Preise sind solide nicht überteuert aber nicht mein Fall aber der Bio mag der Bio mag schon ja aber ich mag industriell Manufaktur auf Masse wie die Kambai Bio Leute ich glaub der kriegt keine Platzierung er kriegt extra Markierung Bio aber er schmeckt halt so wie du bist irgendwo in den Bergen Chinas und kaufst von irgendeiner alten Oma original tea er schmeckt gesund er schmeckt Natur was nicht schlecht ist was nicht schlecht ist das heißt gute Qualität und so aber er schmeckt halt nicht aber man muss sagen der Chef hat nach Feedback gefragt und er meinte für unsere Geschmäcker was gut wäre wären die Thai Milk Teas ich habe einen guten Vergleich Leute damit ihr versteht in welcher Lage wir sind also die normalen Bubble Teas da ist zum Beispiel 100% Zucker viel zu süß dann bestellen wir immer 50% stellt euch vor ein normaler Bubble Tea ist so wie ein Kinder Maxikin ein Kinder Pinguin was weiß ich Giotto Hanuta Duplo und das hier ist so wie eine Tafel Zartbitterschokolade unverarbeitet Natur pur der vage Geschmack wenig Zucker ganz klar der beste das beste bei mir in München ey 10 von 10 das sagt jeder und es ist auch so was ich euch empfehlen kann ist diese Platte zum Frühstück mit einem vietnamesischen Eiskaffee mein Gott also wenn ich mal den perfekten Foodie Tag in München planen sollte oder mir wünschen könnte damit wirds anfangen 10 Uhr ok ich weiß nicht ob die 10 Uhr schon auf haben aber 10 11 Uhr diese Frühstücksplatte diese Fleischplatte mit einem super flockigen Bangme dann einen kalten Kaffeesoda krank und dieser Bubble Tea zu dem habe ich nichts zu sagen er ist Öko er ist Bio wer drauf steht und anscheinend steht eine Menge drauf laut den Bewertungen aber nicht nicht dieser Typ hier und meine Kollegin auch nicht aber heißt nicht dass er schlecht ist er ist einfach nur nicht unser Geschmack das war's von mir Leute wir mal liken, subscribe, kommentieren checkt die Videos auf wir gehen auf Instagram, TikTok und meinem Kryptokanal der Mine ich weiß nicht was ich da gerade momentan hochladen soll Leute mir gefällt nicht oder ich habe noch kein wichtiges ja nicht Format aber System entwickelt was ich da alles hochladen will wann und wie und was aber schau mal mal ja serious business tschau